Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary, wie gewünscht im T2 mit Aschkandi, ich mag diese Waffe ehrlich gesagt überhaupt nicht, sie ist nur damals gedroppt und dann habe ich sie halt natürlich da genommen, damals das heißt Boah, Anu dazu mal Nein, das war nicht so klassisch, da konnte ich keinen Tauchenballer spielen, da habe ich einen Menschballer gespielt, WC war es auch nicht Was ist WC? Ne, Lichtking war es glaube ich Ach, ich habe es verschenkt, haha Ne, ich glaube ein Lichtking habe ich es bekommen, geholt wie immer Nun denn, jetzt muss ich aber gehen Eieiei, gut, wir sind hier im Zwillingsgipfel, ich bleibe dabei, ich habe Empowered Seals drin Und die Doppelbestrafung noch drin, ich überlege euch vielleicht wieder Streben nach Gerechtigkeit mit reinnehmen Weil der Sprint grundsätzlich nett ist, dafür, ach komm ich nehme streben die Gerechtigkeit mit rein Ja doch, ich werde sowieso sehr viel HP haben Das haben wir uns mitgenommen Das Schwert ist so groß am Taure, es ist wieder total falsch Ja guck, es ist wieder im Boden drin Ach Blizzard, ich verstehe euch nicht Mal gucken was, achso ich wollte, was haben wir eigentlich für Leute hier, ähm, macht einen ganz guten Eindruck Gegner machen einen ähnlich guten Eindruck, da müssen wir definitiv ein bisschen aufpassen Dann haben die zwei und wir haben drei Heiler, also da sind wir im Vorteil Oh, dann macht er die, je nachdem Wenn wir Deffen dann, ach ja, dann wären wir im Vorteil mit drei Heilen an Eigentlich nicht, ne Ach keine Ahnung, wir spielen einfach mal, ne Jetzt muss ich schon wieder gehen, Moment Und wieder da Oh, er holt sich den Der Mage So Mädels, wo seid ihr? Es war so klar Die kommen wahrscheinlich gleich rüber und fangen uns ab Nö, machen sie nicht Gut, da ist der Bessie vom Mage verschwendet Ja, schön Ne, da muss ich nicht mit, geh mal zurück Was machen die denn da? Was macht die denn da? Was macht die Euler? Die will jetzt unbedingt irgendwie was umhauen Ja, ich bin konzentriert, sorry Astrofekaltruine, oder? Was müssen Farah sein? Ne, Quatsch, das ist Heiler Alter Schwere, geht mir nicht auf den Sack Sag mal, will er mich verarschen? Wie kann er mich so verfolgen? Und du bleibst jetzt hier mein Freund Äh, leck mich fett Kannst mich mal Kannst mich mal Kannst mich mal Oh mein Gott Nicht noch einer Die Darens Jetzt schon Soll ich jetzt in erinnern Nämlich so halt Weil natürlich, jetzt kriegt der noch den Stun durch Schnell bin ich ja Oh, laufen wir mal vorbei Oh, scheiß DK Oh Persi Lauf dir aber weg Huhu Hey, war es schön, dass ich die Vlog habe Der Anna weiß es Ja, Mage, natürlich Äh Gleich wieder weg Danke Nein, ich habe gesagt gleich wieder weg Jetzt erklär mir doch mal bitte Wie der mich so verfolgen kann Ich wollte sagen, das geht doch überhaupt nicht mehr Mein Gott, wie dumm Ist ja nicht so, dass ich hier mit Äh, 140 oder Dass ich eben Dass ich den auch so weglaufen kann Aber auch Pfff Schade, jetzt hätte ich gerne den Speed Bluff Dauer auf 160% Ok, der hat DC, Lack Whatever Ja, Leute, ihr müsst die Schurken da und machen Sonst wird das nischt Mhh Ja Oh Oh, dein Ja, Mädels Die müssen vor Tch Schönte Dem ist langweilig Verständlich Verständlich Die kriegen glaube ich jetzt Ink Ich kann ja hier heilen Ganz vergessen, ich kann ja heilen Ja Oh Oh, sie sind vorne Oh, bitte tötet ihn Bevor die hinten reinkommen Vielleicht kriegt der jetzt was ins Gesicht Der kriegt gar nichts ab hier Keine Chance Keine Chance Ja, der gibt jetzt ab Noch nicht Ey, das ist doch Ach Na gut, so sind die BGs halt mal Aber Rett als FC Na, richtig gemacht Kann man schnell rüber sein Aber dass der Mage da Das ist Pfff So behindert, dass der mir wieder verfolgt Bis zum geht nicht mehr Ständig slowt und Pfff Naja gut In Legion In Legion Habe ich ja noch Habe ich ja gar keine Mobility mehr In dem Sinne Und dann Hat sich das Thema eh erledigt Dann laufe ich nur noch hinterher Was ist das da? Ein Backpedaler Oh, bin ich wegzimmern? Nein Nein, 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 nein Du bleibst hier Ey Leute Och, das ist doch wieder lächerlich Und weg hier Und den Pally verbirbeln Bubble oder down 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 Down First blood Er hat sich für down entschieden Tedchi hat sich auch für down Pfff Gegenhallen hier Ist ja mein Freund Was ich gar Hallo? Ah, jetzt hat Was ich gar nicht so weg zu bewegen Du stirbst eh Oh, den kült man eh nicht Wer hat denn die Flagge Ach, der Mage hat sie Ach, der Mage hat sie Na, ok, das war's dann jetzt Ja, voll drauf Ah, jetzt steht der S2, nur hoch Aber Troll ein bisschen Ach, schade Es wird sogar nicht so ein bisschen überlebt Der denn die Gaeung war und hätte Ach, schade Ah, der kann schön durchziehen hier Le Marge Vor dem Also du warst voll im Feuer, Mensch. Oh, du hast da irgendwas Blödes vor, mein Freund. Du hast da was sehr Blödes vor. Sag ich doch. Öh. Scheiße. Na, normt mal halt auf. Der eiskalt den Sprint geskillt. Okay, da kommt schon einer entgegen. Vielleicht können wir ihn aufhalten. Okay, die Folge ist eigentlich irgendwie lustig. Dann sieht man mal, wie gierig die alle sein können. Und über Hordler meckern, wenn sie Assi sind. Also Entschuldigung. Unglaublich gierig, die Freunde in der Sonne hier. Na ja, gut. Wer nefft denn da die ganze Zeit? Wichtige Leute. Die aber gerade nicht wichtig sind. Hm, hm. Nein, ist nicht die Familie der Verwandtschaft. Die haben eiskalt. Wir haben die Flagge. Der wird aber verfolgt. Der wird nicht lang. Wahrscheinlich nicht mehr lang leben. Die können wir doch noch, dass sie Deffen werden. Der hat einen zweiten Pally bei sich. Guck mal, ob wir dich down kriegen. Oh, jetzt haben wir den Pupp durch. Yes, noch mal richtig. Boah, das wird sogar wieder da oben verreckt. Ach, wo ist denn der Dudu? Ach, der Dudu ist down. Kriegen wir vielleicht noch einen Ehrenpunkt? Wo ist denn unser... Da ist er. Nein. Ich würde dich... Ich würde dich... Nein. 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 Na? Hallo, Mensch. Ach, verreck. War's der Hunter oder Feral? Das war der Hunter, er ist gar nicht gegengeklaut. Ich glaub, die können wir jetzt einfach nur noch versuchen zu trollen. Ja. Das heilt unsere Leute eigentlich. Boah, der Troje. Na gut, er kann durchziehen. Ist der überhaupt schon mal gestorben? Nö. Unsere dafür zwei und fünfmal schon. Na gut, wollte grad sagen, hier rumstehen ist auch kacke. Ey, dieses Sprinttalent, zum Glück gibt's das nicht mehr. Ja, entscheid dich, mein Freund. Nö, kriegst du erstmal hinten an Frost. Ah, schade. Was hat er da eh verloren? Na gut, okay. War eine etwas komische Runde. Aber was soll's. War irgendwie trotzdem ein bisschen lustig. Keine Ahnung warum. Na gut, okay. Dann lassen wir das mal für heute. Ich sag wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, ab damit in den Kommentaren auf Twitter oder Facebook. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Achso, natürlich klar. Wenn Wünsche sind, was Transmuk betrifft, ab auch Kommentare, Facebook, Twitter. Ich seh zu, was ich machen lässt. Ihnen jetzt aber. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jährlich. Ich will doch nicht ausprobieren.